hey leute und herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder euer stürmen heute mit der ersten folge ultimate team in eafc 25 ja ich war schon so ungeduldig und habe in der app schon die goldpacks geöffnet am anfang habe ich deutschland geholt also dieses starter pack und habe hier wolfsburg das logo da oben rechts seht es genommen ja also wir gehen jetzt erstmal hier auf shop ich habe nämlich noch ein paar packs offen offen ok weiter ja was habe ich denn hier jetzt gezogen ja moin machen wir einfach mal alle ins in den v1 so ok ich hab hier sind jetzt meine packs und spannend was ich hier so ziehe bestimmt nichts tolles gucken mal powerschuss und evolution slot keine ahnung so weiter geht's nächstes pack ja ja nervt mich nicht items erhalten leihspieler bellingham ok schau mal was wir hier kriegen was hole ich mir denn da sturm sturm heumingsson oder arnold als rv schwierige frage hier ich glaube ich hole sonn hier ab in den verein dann nächstes pack hier okay nix tolles die jong ok für sieben spiele naja dann hier profi heilung und köln choreo grüße gehen an up so weiter geht's ok timber oder time bear die frau ich habe mehr premier league als als in deutschland obwohl ich mir am anfang deutschland genommen habe aber ich glaube darauf kommt es gar nicht an noch mal premier league ok jackson naja ok paredes noch hier dann noch zwei packs hier 75 bis 83 kein workart ok la liga spanien in der liga atletico sunset oder wieder ausgesprungen wird keine ahnung okay und hier noch müller von heidenheim ok war nicht so spektakulär so 75 bis 83 x 2 gold profis pack da schauen wir mal hier rein willian arrau ok auch nicht so berauschend ok einfach mal erst in dem verein so ok dann gehen wir hier mal kurz raus dann gehen wir mal hier auf ziele ok da habe ich noch gar nichts doch da hinten grundlagen karte ich habe ja schon den kater ein bisschen umgestellt ja schön was kann man denn hier eigentlich machen wochenaufgaben drei spiele spiele drei partien in einem beliebigen ultimate team modus und stelle dabei mindestens drei spanische profis in dein startelf kann ich das immer noch machen kann ich das immer noch machen nein will ich nicht wartet mal muss ich das jetzt machen ok aufgabe abrufen ich will aber jetzt hier nichts neuigkeiten ziele ok jetzt bin ich wieder hier vereins veränderungen ok baue 18 chemie auf ok ist auch nichts artist weiter geht's weiter ja 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 so ich würde gerne mal vereinsnamen aufrufen so vereinsnamen machen wir hier fc stürmisch oder sowas fc stürmisch wo waren denn jetzt nochmal die spezialtasten l3 ah hier wieso hat mir jetzt alles gelöscht ach komm bin ich blöd leertaste einmal groß na dann das ü fc stürmisch oder stürmisch stürmisch soll ich stürmisch oder stürmisch fc stürmisch ach komm ist ok fc s fc stürmisch fertig vereinsnamen bestätigen ja ok so brauche ich nicht ey ziele will ich wieder grundlagen habe ich erstmal nix mehr ok obwohl ich das doch hä ich hab's doch geändert wollen die mich verarschen hat er es nicht übernommen hä ok dann halt nochmal hab ich da irgendwie was verpeilt fc stürmisch versuchen wir es halt nochmal hab ich da irgendwie was verpasst oder was ne ii noch ii fc stürmisch so hier wieder das s so vereinsnamen bestätigen so bist du mit deinem vereinsnamen zufrieden ja eine verbindung zu ultimate teams derzeit nicht möglich du erkehrst willst du mich verarschen ok irgendwas stimmt hier nicht ok geht irgendwie nicht schade dann gehen wir mal kurz auf gehen wir mal auf ziele nach saison erziele ein tor so meilensteiner da habe ich nix ok und lang nix fc pro nix von live auch nicht ok dann gehen wir mal auf spc weiter also ob ich spiele hier drin machen weiß ich noch nicht in den folgen zur grundlage 1 ach ja austausch tausche ein sturm profit item ok selbst aufbauen eine gute sondern suchen wir mal ja warte mal wie ging das noch mal irgendwie ging das noch mal tauschen dann suchen wir mal hier nervt mich da hier popp absen absen ja und diesen hinweis nicht mehr anzeigen ja glückwunsch ja ja abholen abholen nee ich bin noch nicht so doppelpack tausche zwei items gegen einen bonus ach ja ok so gucken wir mal was wir hier rein tun können ups da hier suchen suchen ach komm weg mit dem weg bitte bei mindestens einem spieler dieser sie liegt ein konflikt mit spielern deiner mannschaft vor ach so ja ich weiß ich hatte in meiner elf um egal ich ende das ja eh nach so dreier pack tausche drei items ja ja ich wies ich wies ich wies so schauen wir mal hier zack zack 56 58 wird's wahrscheinlich jetzt gleich wieder kommen diese meldung und absenzen zack ja ich weiß ich weiß so abholen jawohl shop wird aktualisiert zurück zwei mal zweitausche vier items ja ja ok innen verteidiger muss man den schlechtesten hier suchen ok weiter geht's gar nicht mehr da warte mal den tausche ich noch mal aus weil weil es so so z m kann ich nur hier holen wir den hier nordstürmer so geht das jetzt hier nicht also häufig profis mindestens vier start elf profi qualität genau punkte und 9 ich habe doch keine punkte ich habe keine punkte ich habe zwar punkte spiele aber kein stürmer ich mache geht das ist das so als kann ich das nicht sturm nenne kein sturm alle suchen so wieder ganz nach unten so nein nicht v8 alle suchen bronxie bronxie so mit denen ich weiß nicht ob das funktioniert nein nicht wieder acht alle tag suchen und wieder bronxie was haben wir denn hier noch den hier ja wohl es gibt absenden ja ich weiß abholen und somit haben wir die grund lang eins abgeschlossen sehr schön so dann gehen wir mal gucken ich habe doch bestimmt hier shop schon mal was ich hier bekommen hat so wir machen mal erst hier premium bronx pack auf ein rv so erstmal gucken was ich hier überhaupt kommen habe kreiserslautern stadion thema ok nicht schlecht nächstes punkt weg ok ein torwart was hier noch so drin ist kann ja ähnlich viel besonderes drin sein ist halt bronze so dann kommen wir hier zum bronx pack wo al johani ok ok was haben wir denn hier alles oh hier holt schon kiel choreo ok ok gehen wir zum nächsten pack hier silber engels ok ok hier kann ja auch nichts besonderes drin sein ja klar so und jetzt kommen wir zweimal profis pack enthält zwei profi items so das schauen wir mal mcgregor zdm und wer noch son yun ho ok ok so dann gehen wir mal kurz verein oder ist es das ja verein gehen wir mal auf mein team ja ich wies ich wies noo ja 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 oh gott hier macht ihr grad als würd ich das erste mal fifa oder ifc spielen so was haben wir ja ich schau mal so hier die muss ich erstmal tauschen hoch ja tauschen schau mal so wir haben hier am bellingen ach wartet mal ich hab was verkehrt gemacht ne wartet mal ich glaub so oder jawoll ich muss da wieder erst reinkommen hier ein ultimate äh was hab ich immer mit edition ultimate team ach ok dann hier noch den den hier auch raus so der jungen haben wir hier noch den erstmal alle guten hier rein was heißt guten auf jeden Fall mal besser als die wo ich jetzt hier drin hab so jackson action jackson so mcgregor ok den muss ich aber auch irgendwie tauschen hab ich noch einen boah was hab ich denn hier eigentlich äh ok ich hab keinen hm ist natürlich jetzt blöd ach komm ich mach den mal rein äh ich mach einfach mal ja taktik überschreiben so trophäe erhalten ok ähm ich weiß gar nicht hab ich einen anderen Torwart schauen wir mal was ich hier hab die hemden ok scheint die beste sein was ich hab sonst hab ich hier glaub ich keinen mehr oder das seh ich mal nicht so so äh ich weiß gar nicht ob ich so überhaupt spielen will äh 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 ne transfermarkt verein team wie warten das nochmal äh ich muss mal selbst gucken wie das nochmal ging ah formation boah wie spiel ich denn eigentlich ich würde gerne äh wo steht sie dann hier ach 3 4 3 4 2 3 1 irgendwie sowas 4 2 3 1 jawoll ja so oh ne ich glaub das war die falsche das war die falsche ähm oder 4 3 1 4 3 2 ich wollte eigentlich mit hm ne z ach mit einem zdm oder mit zwei zdms spielen äh 4 4 4 2 aber ähm ich glaub ich lass uns mal so oder ihr könnt ihr mal die kommentare schreiben was das beste eigentlich wäre so ok gehen wir mal hier hin ich hab doch hier unten in verteidiger gehabt hier time bar da hab ich auch noch einen 79er ich hab irgendwie komischerweise mehr premier league spiele anstatt deutsche so was hab ich denn hier noch hier hab ich noch son knallen wir mal hier rein hier hab ich noch keinen den muss ich noch wechseln hier ja paredes komm so zdm wen hab ich denn hier mccracker aber der spielt nicht in der premier league hier hab ich noch einen stürmer so ein rm rm wo der premier league spielt äh 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 ich muss mal gucken ob ich liga prämialock äh äh zdm chaplin ok was hab ich denn jetzt schon wieder gemacht den will ich tauschen so hab ich keinen ok dann muss ich premier league weg machen ok dann muss ich den hier rein feuern erstmal so jetzt schauen wir mal hier prämialock keine ok das hier mal weg suchen chaplin oder müller haben wir hier chaplin charlie chaplin so hier auch so müller ach ich denke mal hier hab ich auch keinen oder no ok dann lass ich den erstmal drin oder was habe ich noch was besseres hier sieht nicht so aus 79 hatte ich hier noch könnte er nicht auch wollen das können wir noch spielen rm ok dann kann ich den doch hier hinsetzen bisschen stärker ne ne so ja die hier wechsle ich noch aus ne nicht brett muss nicht unbedingt premier league sein mauer den hier noch rein äh und den hier so ja also ich muss mal gucken dass ich hier irgendwie noch einen anderen manager bekomme zdms bräuchte ich aber ihr könnt ja man die kommentare schreiben ob ich so lassen soll die formation eigentlich wollte ich ja hier mit einem sturm und halt elf und rf naja aber ich habe hier noch einmal ich habe hier noch den hier was kann denn der noch spielen ne hier muss ich drauf der kann doch zdm spielen welcher ist denn hier am schlechtesten kann keine ahnung ist zwar la liga aber egal hier habe ich hier noch das kann er noch da kann man schon bellingham was kann denn noch z-o-m nur z-m das ist natürlich nicht so toll okay aber ich habe hier noch ich mache das anders ich mache den hier rein ja ich habe jetzt zehn chemie von 33 oder was ja sieht halt am anfang ist das immer ein bisschen ja so sieht im moment mein team aus da würde ich sagen war es das für das erste video ich hoffe es hat es gefallen da würde ich sagen bis zum nächsten part und haut rein bis zum nächsten mal und auf wiedersehen bis zum nächsten mal